Hallo und Happy Day meine Lieben. Es ist ein fantastisch schöner Tag und der unglaubliche Philipp ist mit dabei. Hi! Der Philipp ist ein unglaublicher Typ und ein unglaubliches Glücksschweinchen. Oh ja, wir gehen jetzt einkaufen ohne Geld. Wie geht das denn? Ganz einfach mit Gutschein. Und du hast jetzt glücklicherweise noch gemerkt, dass heute der letzte Tag ist für diese Double-Win-Aktion beim Kurt, gell? Richtig. Ich habe gesammelt. Das sind alles Sofortgewinne, die du jetzt einfach gratis abholen kannst. Pizza, Orangina, Fanta, Kaugummis und noch andere Sachen. Wir müssen uns da drin überall im Regal suchen, wo die entsprechenden Sachen liegen. Aha! Ist ja noch stressig hier so gratis einkaufen. So, vollgepackt mit tollen Sachen der Philipp. Einen ganzen Sack voller Gratis-Zeug. Zeig ich mal. Wow! Ein Blick reinwerfen. Schön, alles gratis. So, Feierabend fertig. Es geht ab in Gerolds Garten. Bei dem schönen Wetter muss man in Zürich in Gerolds Garten gehen. Zürich dabei. Hi. Philipp ist dabei. Und die Anja wartet schon. Gerolds Garten. Erster Tag und wir sind dabei. Ist heute der Opening, oder? Ja. Echt? Ja, gestern haben sie abgebaut, dieses Winterding. Und heute ist der erste Tag offen. Geil. Und wir sind da beim Opening. Schön. Und somit ist der Sommerfrühling, Frühling, Sommer eingeläutet. Und da ist die Anja. Hallo! Du warst gerade in den Ferien. Wie war es? Kalt. Wo war ich denn? In Norwegen. Samyus gerade. Ah ja? Ja. Da bin ich jetzt in der warmen Schweiz zurück. Das ist gut, weil wir auf die Sonnenterrasse sind. Da hat man keinen Platz. Ich werde mir noch den Kamerlern setzen. Ja. Der Bruder hat das? Hier, Essen geht. Ja, gar nicht. Keine Gute. Wir sagen hätten der Chicken Bestand. Wie ich das Ding in meinen Mund reinkriegen soll. Ja, da musst du meinen Mund so richtig voll nehmen. Da steht mein erster Siebdruck. Das war der erste Test mit der Farbe- und Siebdruckmaschine. Ich sag, war fein. Ciao, ciao. Bis morgen. Gut, du kannst es auch sagen, wenn du willst. Bye, bye, ciao, ciao, bis morgen. Hallo und Happy Day meine Lieben. Ein neuer Tag ist da und ein neuer Vlog. Heute ist ein bisschen speziell. Und zwar ist jetzt Tag 90 angelangt. Tag 90 heißt, es ist sozusagen schon ein Viertel des Jahres durch. Und es wird mal an der Zeit, dass ich euch mit ins Boot hole. Ich habe schon so einiges gemacht. Jetzt würde mich interessieren, was von dem allen hat euch denn am besten gefallen? Ich habe gekocht. Ich war in den Baden-Meisterschaften. Ich war in der Töff-Werkstatt. Ich war überall. Ich war sogar in der Töff-Werkstatt.